Ciao, ich bin der Francesco, bin 33 Jahre alt und arbeite als Patientenbetreuer. Über YouTube habe ich mich anfangs erkundigt, über grundsätzliche Unterspritzungen und dann kam gleich als allererstes M1Beauty und dort habe ich mich dann über die Behandlungsmethoden erkundigt, die sehr gut erklärt worden sind und über die Webseite habe ich mich dann einfach entschlossen einen Termin auszumachen. Ich erhoffe mir von der Behandlung grundsätzlich etwas frischer auszusehen und mein Riesenwunsch wäre auch eine markante Gesichtsform. Also gerade hier in diesem Bereich hätte ich gerne eine dominante Linie, die einfach meine Persönlichkeit auch widerspiegelt. Ich kenne es ja selber aus meinem Freundeskreis, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, das ist nichts für mich, das will ich nicht. Also ich sage ja gar nicht, dass ich habe was machen lassen. Wenn es aber zu dem Gespräch kommt und wir stehen dort in einer kompletten Gruppe und die quatschen so miteinander, ich habe gesagt, meinst du bei mir ist alles echt, sage ich dann. Meine Erfahrung bei M1 war super. Ich wurde superherzlich empfangen. Es war alles sehr entspannt. Auch der Arzt hat mich über alles aufgeklärt. Während der Behandlung wurde mir auch immer erklärt, was in dem Moment passiert. Zuvor haben wir auch zusammen entschlossen, wie das Endergebnis auszusehen hatte. Und ich konnte immer mit zuschauen, auch mitentscheiden. Und über jeden Behandlungsschritt wurde ich immer aufgeklärt, sodass ich mich darauf einstellen konnte. Dadurch war das Ganze auch sehr schmerzarm. Bei mir wurde die Jawline und das Kinn aufgebaut, damit das Ganze markanter wird. Und die Augenringe wurden auch noch zu dem Arm unterspritzt. Als ich mich am nächsten Tag zum Kaffeetrinken mit Freunden verabredet habe, waren die Reaktionen gigantisch. Also, mir wurden permanent Komplimente gemacht, wo es mich sehr auch gefreut hat, dass ich nicht mehr so müde aussehe. Mein Gesicht ist markanter und wollten es wissen. Die haben mich dann ausgefragt, was hast du machen lassen? Ich habe gesagt, ja, ich habe mich in die Behandlung gegeben. Ich bin mega glücklich mit dem Ergebnis. Ich habe das, was ich wollte. Ich sehe so aus, wie ich wollte. Ich sehe nicht mehr müde aus. Ich habe ein markantes Gesicht. Mein Selbstbewusstsein hat sich gestärkt. Die Komplimente sind super. Die Behandlung war toll und ich komme immer wieder gern zu M1.